Der Megapilot Ich würde fast sagen in einem Container Also, hier sind wir schon wieder zur nächsten Aufnahmerunde Left for the 2 Dieses Mal den Sumpf erkunden wir mal Los geht's Schauen wir mal ein bisschen um Das sind ja schon die ersten Fall um Fall halt um Oh Gott Geht's ja schau richtig los hier? Ja, okay Einigermaßen los Warum laden die alle schon nach? Ist da nur einer? Nö, aber die Rohrbambe ist meins Gibt's hier sonst noch irgendwas? Eis Wo ist denn da was? Ach da Gut denn! Ach da! Schilde mich Du-du-du-du-du-du-du Cricket-Schläger Cricket-Schläger Aber Wir bleiben mal weiter bis hule Du-du-du-du-du-du-du-dudu-du-du-du-du-du daher eine rohrbombe legen wir mal in die richtung der rohrbombe schauen wir mal rein hey boomer kotze gibt es sowas? scheißhaus warte 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 ooooh ahhhhhhhhh ich würde jetzt da lieber nicht reingehen wo? doch immer auf vergiss es wir machen wieder zurück auf den Tisch ah da ist mein Hunter da irgendwas besonderes Lade nach schon wieder Bummerkott Bratpfanne ich nehme mal die Bratpfanne Blong 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 Schrei doch nicht so Noch eine Bratpfanne will noch eine Bratpfanne Blong Blong Hey, die schaut ja noch gut aus Blong 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 Au 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 au.. Also ich hätte gern Bier. Okay. Hier auch ne Witch. Blong. Hier ein Charger. Ich bin bereit auf dich. Ich hab eine Pfanne. Komm halt her. Ach, Menno. Es gibt so wenig. Ich muss Licht wieder weg. Ich seh nix. BONG! Also Witch gegen Kettensäge. Äh, Witch gegen... Scheiße, das war gar nicht gut. Bleib schnell hin! Lass mich in Ruhe! Ich hab grad noch geschafft. Ist wohl incoming. BAM! BAM! Komm her! BAM! 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 Was gibt's da oben ein wenig? BAM! 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 Was gibt's da oben ein wenig? Machen wir uns bereit und rufen das Boot! BAM! Jetzt aber schnell! Ja komm, geh an! Geht doch! Yay! Ich freu mich schon! Schmeiß mal mal Rohrbämmchen! Ich will meine Bratpfanne! Ich will meine Bratpfanne! Wo? Wo? Denn! Jaja, Coach, es schafft sie schon! BAM! BAM! Ich seh nix mehr! BAM! 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 BONG! Ey, die Bratpfanne hält sich aber echt gut dafür! Dafür, dass sie schon etliche Zombies... Ähm! BAM! 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 Ich glaube ich bleib bei der Bratpfanne, die gefällt mir! BAM! 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 Der gibt noch nen Geist auf der Couch! Diesmal! Das ist echt! Ich muss mich kurz heilen! Du Vollidiot! Komm aufs Boot! Aus Boot! Laden wir mal nach! Und gehen wir auf die Pfanne! Die ist für noch rechts... Guck mal, da hat sie schon ne Beule! Zwei Beulen hat sie sogar schon! Oder könnte so! Ich bin jetzt nur der Bratpfanne-Experte! Sag mal, kennt sich einer von euch mit Zimpfen aus? Oh ja! Ich kenn mich aus mit Zimpfen! Massenhaft Mücken, Krokodile, Schlangen und jetzt auch Zombies! Windu! Ach ja! Du hast... Du hast... Du hast den Feucht vergessen! Das klingt nach einem Tank! Ach du Scheiße! Wirklich ein Tank! Au 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 muss man schnell heilen jetzt Moment ich muss heilen fehlt die Zigarette ich bin ja da nicht in dem Pfälzer Bube weiter geht's ich nehme wieder die Pfanne komisch sein warum habt ihr wohl Angst dass er Krokodilchen sind Krokodil doch Krokodil Haunter welche Richtung nehmen Gehormanns Häusern Eurobombe haa Lager ich bleibe BAM Prozent kann nicht so schnell nachlaufen und bis in Aachen da da schlick noch mehr gezielt das ja das macht fun nehm ich mal den guck mal Splittergranate mal aufbauen ja nehmt ich höre einen Jockey ich geh mal lieber an Deckung noch mal Splittergranate gehen die Halle er schießt heute mal die hebe ich mal auf weil ich hab hier keine Herzpack ne he he forget it baby Babys forget it ich nehm die Bratpfanne Blung blung lasst mir auch was übrig ich hab nur ne Pfanne ich will auch nur ne Pfanne Blung ha ha wir haben Eimerer durchschmissen Lade nach Lade nach Lade nach Pillen Crick ah mein oh nö 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 ich bleib bei der Pfanne ähm schmacken kann man ein Pumpe nö ich bleib bei meinen MG und meiner Pfanne da 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 wer steht denn da ja das ist nö auch kein Sniper auch kein Sniper he 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 bam schon wieder Tabletten Lade nach auf den Planken bleiben ha ha die hören auf auch zu schalten aber nicht vor die Koppel ja ich sehe sie doch schon hey was sollten das nicht noch mal drauf Lade nach Lade nach Lade nach wollte ich schon sagen werde ich da schon wieder eine holen Krickertschläger D.V 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 irgendwo höre ich ein Boomer Lade nach der Gegend gibt es mittlerweile Zombie Crocodile 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 und tot ein Boot Lade nach welche Richtung gehen wir na ich würd sagen die Richtung Lade nach Lade nach Sprenger jetzt ist er an andern Baum her komm her komm zu Papi komm zu Papi komm her ja geht doch Pumpe Nö. Wollen wir nicht. Hast du da gerade hergekotzt? Blong. 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 Die machen wir noch blot. Komm. Frau Schell, ich helfe dir mal. Ich hab ne Pfanne. Kleiner gebratenes Zombiefleisch. Also, jetzt gehen wir mal um einen Schutzraum. Schluss jetzt.